Hallo, mein Name ist Sébastien Joliac. Ich bin seit ca. 35 Jahren Koch und seit 2020 bei der Ringswagner Lauthofen als Küchenleiter tätig. Mit Martin habe ich Quinoa Pancakes gekocht und das kannst du zuhause nachkochen. Nimmst du die Quinoa, tust du die 15 Minuten kochen. Mandel, Backpulver und Salz in eine Schüssel verrühren. In eine extra Schüssel nimmst du 2 Eiweiß, machst du den Joghurt, Birkenzucker und die Kratzer Vanilleschoten dazu und das Ganze wird aufgeschlagen. Nimmst du beide Schüssel und tust du alles mischen, sowohl die Mandelmehlmaß mit der Eiweißjoghurtmaß, alles zusammenrühren und die Quinoa anschließend dazu fügen und verrühren. Die Blaubeer unterheben, in eine Pfanne etwas Kokosöl, leicht erhitzen und mit einem Löffel du so kleinen Pfannkuchen in deine Pfanne rein und 2-3 Minuten ausbacken. Dazu passen heute ein Edbeer Salon, Edbeer waschen, vierteln und in eine Schüssel gehen. Einrichten, et voilà! Bon Appetit! Musik 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 Vielen Dank.